New York, da hab ich ja zwei, drei Apartments und da wollte ich mal checken, ob die da... Ach stimmt, ich hab gesehen, du hast das, glaub ich, unter mir. Bist du das unter mir, die dir immer so'n Lärm macht? Ich bin über dir, ja. Jedesmal, wenn ich nachts Gewichte stemme, ist das so laut, irgendwie. Gewichte stemme... Die Oma kommt... Entschuldigung... Ja, ich mach mal weiter... Ach so, ich hab mich gerade gefragt, worüber sie so lacht, weißt du, hab ich... Sie hat das dicke Frauen-Motorrad-Video gesehen. Das dicke Frauen-Motorrad-Bass, ne? Ja, ja. Das ist aber auch lustig. Entschuldigung. So, was haben wir denn da? Ähm, ja, ich habe jetzt mal...